hallo und herzlich willkommen hier zum quantas formel 1 grand prix von australien 2012 mit dabei ist der spidi 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 ja genau genau hoffentlich wir machen hier die koop meisterschaft wir spielen das auf renneinstellungen wir machen blitzqualifying und danach machen wir eine rendistanz von 25 prozent das ist ja so meistens was ich 15 bis 20 runden sag ich mal schwierigkeitsgrad noch mal fortgeschritten und ansonsten seht ihr hier sämtlich anderen einstellungen die keinen menschen interessieren weil wir werden bestimmt auch irgendwie fehlen wir fahren mit dem lotus team hier und ja ich würde sagen wir drücken einfach mal bereit ja ja weiteres geschwafeln wir machen das auch immer so wie wir üben davor immer so eine viertel halbe stunde vor dem ganzen und werden dann wahrscheinlich trotzdem fehlen kann sein müssen wir nicht haben wir haben nur ein versuch und wenn das schief geht scheiße wir haben wir haben jetzt geübt aber wir haben auch gestern schon mal zwei rennen gefahren inklusive also blitzqualifying plus rennen und es sieht bewölkt aus scheiße ja und dann kam es vor dass wir die letzten waren und trotzdem dann letztendlich im rennen auf platz ich glaube an die 10 war es so was ungefähr erst ungefähr ich glaube ich lasse es einfach mittig ist bewölkt ja mal gucken was da rauskommt auf jeden fall jetzt erst mal das blitzqualifying in einem schönen schwarzen lotus formel 1 wägelchen wir haben übrigens wir sind jetzt ich glaube du weißt noch mehr über formel 1 als ich ich gucke nur ab und zu seitdem ich dieses spiel habe gucke ich ab und zu bei den rennen echt vorbei aber ansonsten ich in den letzten jahren eigentlich auch nicht so wirklich ansonsten gucken wir das kaum dennoch wollten wir ein bisschen abwechslung auf den kanal bringen und so weiter weil ja sonst immer nur so action und baller und was weiß ich für gedönse alles bei uns ist wollten wir jetzt mal ein bisschen rennen spielchen hier mit reinbringen und wer ist da besser geeignet nämlich der speedy teron kannst du voll vergessen bei rennspielen das einzige was er mochte war blur und das auch nur weil es den mario kart faktor hat ja es ist ja so man kann man muss es ja so sagen trickmania mag er auch noch okay aber unsere strecken hasst er ja den wundert ja also unsere strecken sind abfahrt hoch 30 also das ist man muss wirklich gut fahren wobei ich er ganz ehrlich geschehen muss naja ich bin jetzt auch nicht der beste fahrer in trickmania ist keiner von uns na gut nicht wirklich aber auf jeden fall zieht er uns ganz schön davon für fortgeschritten aber amateur wollten wir uns einfach nicht antun weil so schlecht sind wir nun auch wenn ich ja so ich schaue ich habe auch das schon zerlegt was hast du denn gemacht ich werde wahrscheinlich letzter sagen ja leichter dreher bringt drs ja das war drs fehler und er ist noch gar nicht genutzt und er ist noch gar nicht genutzt und er geht es auf der langen geraden die woanders die flesseln uns leckt irgendwie ich bin siebzehnter oh mein gott ja ich bin letzter naja soviel dazu wir haben geübt wir haben ja ne ja scheiße gebaut es geht besser natürlich aber mal gucken was beim rennen reisen weil im rennen sieht es ja oft anders noch aus trotzdem wir wollen das auch anständig machen nicht einfach so nach dem motto ja schieß mal den ab nur damit ich jetzt vorbeikomme oder damit damit der mich auf der pelle rückt aber wir wollen schon versuchen irgendwie das halbwegs anständig über die linie zu kriegen über die bühne ja da brauchst du nicht traurig sein das ist wie es ist übrigens geiler helm den habe ich mir schon ich liebe diesen helm du hast wahrscheinlich anderen aber ich finde den helm einfach nur geil ich habe hier einen blauen helm nichts besonderes das stimmt auch wieder ja wir machen das auch so wir splitten das ganze in zwei teile können wir jetzt noch mal schnell sagen wir splitten das ganze in zwei teile und das wird dann beim neuen upload konzept auch mit eingebracht also samstag kommt dann erste teil und am sonntag der zweite ach ja jetzt ist aber eine wolke da gewesen mit sonne und das ist gut ja aber regen wahrscheinlich kein null prozent von da aus ja das beste war gestern wie wir gefahren sind als der typ gesagt hat zu dir ja ich mache übrigens ich mein stopp mache ich immer zwei runden später das war schon immer so und benzin strategie macht normal warum machen die mir vorsichtig und wir fahren so und man merkt halt irgendwie es wird immer düsterer hier auf melbourne und auf einmal meldet er dir deinen boxen typ sagt er zu dir ja regen regnet gleich und zu mir hat er gar nichts gesagt der affe 0 darf du was unwichtig ich war noch vor dir und zu mir sagt er nix der spinnt wohl warst du noch nicht fertig ja auch so mehr oder weniger das hat sich so viel rumspielen das bringt eh nix ja wie gesagt wir sagen nicht dass wir jetzt hier übelst abgehen werden aber wir versuchen halt trotzdem irgendwie die Punkte für das Lotus Team irgendwie zu arrangieren ja ja weil man hat die eine 17e an der letzte ja gut geht natürlich immer schlimmer aber wir wollen mal gucken wie wir abschneiden ich hab deinen blauen helm gesehen so schlecht ist er doch gar nicht übrigens erinnert mich mein helm deswegen habe ich den auch gewählt an meinen den wo ich im real life auch habe von daher scheiß drauf und ich hoffe das ist jetzt nicht zu laut weil irgendwie hat mich das schon wieder das Gefühl aber ich habe ja vorhin getestet und eingestellt und gemacht und warum zieht Hülkenberg an mir vorbei wie so ein geist ohhhh Hülkenberg oh so wow da fliegen schon die Teile Teile vom Flügel ohhhh Alter ich will hier ein normales renn fahren ich will hier nirgendswo crashen schön innen vorbei du willst auch viel weiter Alter Dirk äh Carsten ich war hinter dir ich hab's gesehen warum hab ich ne Strafe bekommen jetzt ich hab nichts gemacht der ist in mich reingefahren das hat jeder jetzt gesehen Zeit Zeit Zeitstrafe what ich hab nichts gemacht der ist in mich reingefahren aber volle Lotte tja und hat sich gedreht der ist schon in mich gedreht reingefahren na endlich ja es ist so ich muss nur schauen dass ich nicht zu früh beschleunige den Fehler was ich immer mache äh wenn ich auf den Curbs bin bei manchen äh Kurven das ist äh nicht so vorteilhaft das ist ganz und gar nicht so vorteilhaft und wer ist da hinter mir ich sehs nicht Kobayashi 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 war hinter mir aber ich halt den kleinen Japaner zurück ist das überhaupt ein Japaner ich kimm mich da gar nicht aus das hört sich so an ja weiß mit dem roten Punkt in der Mitte können Japaner sein würd ich so sagen ne ja die kommen ja im Moment eh nicht drauf klar jetzt wollen sie unsere Hilfe bei ihrem Fukushima Berg ja super äh einfach Beton drüber schütten ne das geht ja ans Grundwasser jetzt das radioaktiv verseuchte Wasser das ist ja das Problem es ist schlecht und jetzt haben sie nicht mehr genügend Tanks um das irgendwie äh naja ist egal ich hab da können die hier neue bauen ne die kriegen doch nix geschissen alter kommt hey also im Qualifying sind die echt schwer zu äh ähm ja sag mal unterbieten weg zu Raum ne zu unterbieten aber hier häng ich an denen dran teilweise gut das kann jetzt sein weil das ne größere Gruppe ist 3-4 Leute aber dennoch ja wir sind ja im Mittelfeld ja ja aber trotzdem die kommen jetzt nicht großartig von mir weg Rossberg und was halt da vorne noch so rumdümpelt ich seh nur Rossberg und du bist hinter mir what? ja genau hinter dir aber oh Gott das wird nicht gut so nah dass ich dich anstupsen kann wenn ich nirgendwill oh ich hab ne Strafe bekommen warum warum hab ich ne Strafe bekommen also hab ich so bekommen sag ich da und zu strafen warum hab ich jetzt ne Strafe ne also irgendwer ist mir hinten reingefahren und ich krieg ne Strafe also ich versteh ja wirklich viel und du hast dein Flügel verloren würde ich behaupten ja ne ich hab nur angedatscht bei deiner Aude ja aber warum krieg ich dafür die Strafe keine Ahnung weil ich wollte nach innen ausweichen dann bist du aber auch noch innen gezogen ne weil die feiert durch wie die Alarmersche da hier ja obwohl sie fortgeschritten sind wie gesagt übrigens DRS ist jetzt aktiviert also wenn wir ne Sekunde auf unseren Vordermann hinkriegen mhm leider nicht bei mir ach du bist trotzdem noch zehnte ach so ich weiß jetzt schon das geht nicht gut mit uns aus ne Schumacher und Massa sind vor mir scheiße verbremst komm Schumacher gib Gas verbremst dann bist du nicht mehr hinter mir das ist gut aber wie gesagt ich halt gut bei denen mit irgendwie und irgendwie hab ich den neunten oder hast du den irgendwie weggebettelt ich auch keine Ahnung eigentlich bin ich dir neig gefahren hätte ich gedacht so An Schumacher vorbei in der Kurve Massa jetzt vor mir ja du bist mir hinten reingefahren aber irgendwie da war noch einer inzwischen irgendwie normalweise ja vielleicht bin ich auch den anderen neig gefahren und war noch einer weil ich glaub da waren ein paar mehr äh Zusammenstöße in der Kurve meine Güte ich hab gesagt wir wollen anständig fahren und nicht so ne kacke machen ja was können wir denn für ein bisschen Scheiße bauen da hab ich ne weggerammt das war da hab ich zu sehr gebremst äh zu bin ich zu spät äh hab ich zu spät gebremst ja toll äh ich bin da nochmal neig gefahren wieder ne Zeitstrafe ich krieg nur Zeitstrafen warum auch immer gut das war jetzt blöd ich hab 30 Sekunden also die ersten beiden Strafen äh die ersten beiden Strafen da kann ich absolut ja nix für also jetzt mal ernsthaft ne eigentlich nicht bei der dritten da bin ich dem hinten reingefahren weil er gebremst hat und ihn hat zwei gedreht das seh ich ein aber nicht die ersten beiden die ersten beiden waren unnütz aber sowas von weil die auch komischerweise so bremsen ich weiß nicht wir haben die schon auf fortgeschritten gestellt auf Profi fahren die uns wahrscheinlich fort ich mein wir müssen ja auch immer das Qualifying mit einbrechen und vom Qualifying her haben wir total versagt ja so kann man es sehen naja also die wir waren im Mittelfeld naja nicht mal das Mittelfeld ich war das Letzte und ich war 17er 17er ist jetzt auch nicht viel besser ne komisch komisch alter dann musst du dich übelst an die Gegner anpassen weil die so dumm bremsen vor mir sind glaube ich alle bis zum ersten Platz Rapper äh ist der nächste Sechster so scheiße ein bisschen Curse Hülkenberg ne Schumacher ist wieder hinter mir da hab ich ein bisschen scheiße gebremst boah ich wär von Kobayashi angeschoben ist blöd würd ich mal Gas geben ha ne angeschoben meint er ist mir grad neig gefahren würd ich mal ein bisschen Gas geben ha geht ned ist Vollgas woah die letzte Kurve auf der Stadt bevor die Stadt ziel ist ist auch ein bisschen heftig weil du manchmal du musst die richtig nehmen ansonsten kann es kein Vollgas geben ja ich finde die Kurve davor ist schlimmer ja auch geb ich geb ich zu die ist auch schlimm ah der Abstand wird größer aber ich brems viel später bei den Kurven also ich fahr ein bisschen riskanter glaub ich gucken ob ich mir mehr Leistung geben kann willst du ein bisschen fett gemisch reinhauen ernsthaft? ja naja ich hab doch für vier Runden oder drei Runden kann ich schon machen ne vier Runden hab ich momentan bloß wenn ich es für drei Runden mache das musst du hinhauen ja vergesst du es nur rauszutun weil sonst hast du wieder die Probleme wie gestern ja da hat das mich raus gefordert ey ich bin doch ins Ziel angekommen ne irgendwie scheiße die Kurve hab ich kacke genommen aber lol hab ich den verdrängt ok ey ich bin irgendwie vorbeigekommen hab den aber ein bisschen anscheinend blöd verdrängt Richtig Button ist der Nächste der dran glauben muss aber ich bin jetzt Sechster mittlerweile boah kommst richtig vor ja wie gesagt die fahren alle in der äh relativ nahen Gruppe beisammen von daher hab ich Glück ich hab immer Angst dass ich mich drehe ohne Scheiß so nochmal Curse auf der Stadt Ziel Runde 6 naja ich haus immer nach der Kurve rein zum Schleunig hast du deine Team umgelegt oder gehst du in der 6. rein ich hab's noch drinnen weil ich geh ja in der 8. wieder ich hab ja später gelegt ja im Reifen naja die gehen noch reingemacht so leicht braun bräunlich es geht so langsam los man merkt halt ja ich bin ja mit Weichen hab ich ja angefangen genau ja ich lass das immer ja ich wollte anfangs gut überholen und dann lieber später das sind so ganz aufgegangen was warst du für nen Platz eigentlich habe ich gar nicht nachfühlen neunter ... da bist du trotzdem gut dabei Hey Kowaiyashi, irgendwann bring ich dich um die NPCs haben sich gerade selber den Frontflügel weggefahren ich bin jetzt Sechster alter mich hat gerade der Kowaiyashi abgeschossen ich hoffe der hat eine Strafe bekommen also echt Nein! Oh Mann! Jetzt hat es sich gedreht, weil ich ihn wieder angetitscht habe. Vierte Strafe. Also zwei reelle sozusagen. Und wieder eine Zeitstrafe. Das ist doch kacke. Irgendwann kommst du als erster in Ziel und bist doch zum letzten. Ja gut, also wie gesagt, die ersten beiden Strafen, die sehe ich absolut nicht ein. Die letzten beiden, die waren gerechtfertigt, weil ich halt viel zu spät bremse. Ich fahre halt, äh, sagen wir mal... Bis ans Limit? Ja, mehr am Limit, ist richtig. Aber die Bremsen so... so... früh teilweise. Das glaubst du nicht. Hast du auch diesen blauen Punkt auf der Karte, der jetzt in der Haarnadel war? Oder bist das du? Weil, ähm... Der war... der hatte eine freundliche Entrandung. Und ich glaube, der hat gerade irgendwelche Probleme. Ja, keine Ahnung. Also ich muss jetzt in die Box, weil ich Probleme habe. Und den... Also ich bin gerade dritter. Also ich bin gerade dritter. So, kannst du warten. Weil viele in der Box sind. Aber die ist... Ich bin gerade dritter.